So meine lieben Leute, auf geht's! Ich habe in der kleinen Pause, die ich jetzt gemacht habe, bei den Waffen ein paar Anpassungen gemacht und ein paar neue Moves gekauft. Und ich bin sehr gespannt auf meine neue Waffe, die wird bestimmt voll cool! Komm schon! Komm rein! Lade schneller! Ach du Scheiße! Warte mal bitte! Ich möchte, bitte! Lass mal! Lass mal! Zeig mal, was da fein geht! Okay, es ist ein bisschen langsam, aber das ist ein ziemlich heißes Teil! Oh! Oh, da ist ein Waffe! Hey! Hey! Oh, kommst du jetzt mit oder was? Komm schon! Lauf nicht weg! Ich habe noch was für dich! So, ist noch jemand? Will noch jemand was? Ne? Oh! Oh! Warte mal! Ich habe auch so viel Spaß gemacht! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das strange? Oh! Was ist das? Oh! 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 Oh, okay! Es gibt einen Schwerpunkt hier! Ich bin ein Schwerpunkt. Ja! Hallo! Ich bin ein Schwerpunkt! Ich hab' den Applauschen! Ach so. Ah, da kommt noch einer! Komm her! Na ja, gut! Jetzt versprackt! Boah, ist das cool! Cool! Das ist ne Waffe nach meinem Geschmack, ey! Mega! Was? Das kommt immer neu, okay. Okay. Aha. Niceer Scheiß, ey! Ja! Äh, warte! Das nimmt! Ja, das nimmt! Oh, hier gibt's noch mehr! Warte, was? Das? Ach so! Ah! Da brauch ich wieder so'ne große Love für die! Oh, ich hab's schon ewig nicht mehr gehabt! Okay! Eee, 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 eee! Das ist nischt! Wuppa! Wuppa! Da komm ich auch nicht weiter! Nehme ich mal an, dass ich dahinten muss! Ach, Herrgott! Ah, das sieht doch so aus wie so eine ekelige Larve! Bäh! Bäh! So, es gab zwei Orte, wo ich die jetzt verwenden konnte! Richtig! Einmal daaa... Oh! Und einmal daaa... Ja? Hallo? Okay! Äh, okay! Äh, okay! Äh, okay! War das jetzt wieder instant der richtige Weg, wenn ich hier nochmal kam? Oh, warte, warte, warte! Da ist man gut mal raus! Komm her! Wuuuuh! Nennennennennennennennennennennennennennennennennenn Ist das cool! Hey, du! Na ja, ich hab's aber für dich! Wuuuuh! Ey, du bist mit vollem Weg, Mann! Ah ja, guck mal. Jetzt hat er was gemacht. Das wäre so cool drauf, wie ich es gehofft hätte. Dann wirst du bitte runter gehen. Hallo? Hallo? Ja, guck mal. Oh, das ist ja auch so cool. Ja, guck mal. Okay. Warte, warte. Was ist hier? Oh Gott, nein. Ich weiß doch nicht, welcher der richtige Weg ist. Ich will nicht immer instant den richtigen Weg laufen. Okay, was schützt du von mir? Wer bist du und was willst du? Oh nein, jetzt bin ich nochmal eingesperrt. Oh nein. Oh nein. Wo ist denn da? Wo ist denn da? Da bin ich da. Da bin ich da. Da bin ich da. Da bin ich da. Ey, warte. Kannst du bitte aufhören die ganze Zeit hier? Oh. 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 Das hältst du wohl, ja. Okay. Dann ist noch einer. Okay. Oh, ja, dude. Ja. Ist für dich. Kannst du noch jemand? Oh. Ist auch einer. Ist für dich. Wo ist sie daneben gegangen? Nein! Will ich mich verarschen? Unfassbar! Achso, da muss ich bestimmt lang. Warte, warte! Was ist hier? Okay! Mann! Ist ja anstrengend. Jetzt muss ich den ganzen Weg normal gehen! Mann, komm schon! Kannst du nicht mit dem Motorrad irgendwie fahren? Nein, geht leider nicht. Okay! Warte, warte! Da lang! No! Forest, live! Da geh ich nicht nochmal lang. Vergesst es. Uäh, Kamera! Okay! Ah, jetzt muss ich dahinten wahrscheinlich. Das höre ich mal an. Großartig! Nein, das sieht doch viel besprechender aus. Okay. Cool! Okay. Okay. Cool! Okay. Cool! Okay. 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 Guck mal, nehm ich bitte ein anderes. Das dauert denn sonst nicht. Das dauert denn sonst nicht. Das dauert. Und hier ist es. Das dauert denn sonst. Ja, nicht ganz. Egal. Hallo, das sieht doch nach einem Kampf aus. Oh, was war das? Oh! Das sieht schnell aus! Das gefällt mir nicht! Das möchte ich nicht! Was bist du? Fury! Oh Gott! Abwärts bitte! Oh nein! Aua! Auf das? Was? Oh ja! Oh ja! Ich hab dich gleich! Komm schon! Au! Au! Ich hab dich gleich! Ich hab dich gleich! Ich hab dich gleich! Ich hab dich gleich! Komm schon! Nein! 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 Das war's! Bitch! Das war nice! Äh, was? Ja, Entscheidung. Ich bin also großartig drin. Ähhhh! Ähm, nomm, 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 nommnomm. Was sind denn die Entscheidungen? Da, da! Oh! Da, da, da! Komm ich renne mal noch hier oben! Ich komme da eigentlich nach da oben. Ich will das haben! Ich komme da nicht durch! Scheiße! Ja, dann hat sich das Problem noch gemüßt, wenn ich da eh nicht lang komme. Bitch! Was? 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 Warte, ich brauche kein Motorrad! So nicht, so nicht! Was ist das? Was ist das? WOOOOO! Das ist eine gute Idee! Was? Was? Nein! Das ist so cool! Ah, das ist so cool! Oh, BASE! Das ist cool! Aua! Meine absolute neue Lieblingswaffe, ich schwöre! Okay! Dann gehen wir mal durch, oder? Oh, okay! Nee! Anja! Eww! Das hat ekelhaft, ey! Okay, das funktioniert glaube ich ganz gut, oder? Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Baaah! Oh! Ja! Nein! Warte, war da nicht genug, doch da? Äh... Aha! Hier ist das, was ich gesucht habe! Oh, schade! Schade! Hat leider nicht ganz gereicht! Ei, die Hammer! Naja... Sollte nicht sein! Ah! Oh, Schweine! Uh! Hallo! Oh! 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 Das ist voll cool! Ich liebe es! Guckt euch das an, ey! Hih! Dorot! Oh! 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 Immer noch cool. Ey, ich liebe es. Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole. Aber es ist einfach cool. So, gibt es hier noch irgendwo was zum einsammeln? Nein, was wäre denn nicht? Tschüss. Macht es gut. Guck mal, wir kommen gut vorwärts. Noch eine goldene Kugel. Ich habe in diesem ganzen Spiel noch nicht eine goldene Kugel gebraucht. Ich habe, glaube ich, 14 Stück mittlerweile in Reserve. Unfucking fassbar. Unfucking fassbar. Nein, so. Bist du dir das sicher? Okay. Aber dann meins. Ah, stopp. Oh, das war nur ein Licht. Okay. Die nehmen wir mit. Und die nehmen wir auch mit. Sehr schön. Nö, nö. Warte, warte. Dahin möchte ich hin. Schafft das? Nein, das schafft er nicht. Ach, verdammt. Nein, das schafft er nicht. Das möchte ich bitte gucken, was da drin ist. Na rein da. Na komm. Wenn ich das jetzt immer. Kann das jetzt mal ein Licht geben. Hallo. Uh, warte. Mir scheint das so zu zusehen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Really? Oh, oh, oh. Oh, oh so. Ah, das ist auch ein bisschen Ja, das ist auch ein bisschen Ah, das ist auch ein bisschen Ja, das ist auch ein bisschen Mann So schön Ja, 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 ja Hat sich das jetzt gelohnt? I don't know Egal, komm, wir gehen jetzt nochmal zurück Und dann Sollen wir dort runter können Dort, bitte Wo bin ich jetzt? Ah, die sagen Winkel Kamera Goldgekisten Geil Na Na Hupsen, 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 hupsen Wuuu Hier Danke Hups, hups, hupsen Weine Güte Auf Hups Hups Äh, und hups Nein, hups, hups Uah Nein, hupsen Das können wir gerne Okay Gibt es irgendwas Neues? Bitte Sieht nicht so aus Als ob das irgendwas wirklich Neues gibt Tja Sparen wir uns was? Okay, was ist das für Musik? Wo kommt die her? Das war unerwartet Die Musik ist ziemlich nice Oh Die Musik ist ziemlich nice Die Musik ist ziemlich nice Wie ist das? Hallo Hier bist du! Hey Fogel Hey, was ist mit dir? Hey Hey Dante Demonic power was activated in me once When Virgil Lovingly jammed this through my chest Hm I always wondered Why did my father give me the rebellion Okay What are you muttering? Over the years I've been stabbed and jabbed by a number of things But who would have ever guessed Have you lost your mind? There's a demon to destroy Kill yourself later I'll help If the Amato Can separate man from devil What about the rebellion? What? You are Absorbing the Sparta Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah Needless to come Aaaaaaah Tiefelsschwer, Dante! Uuuuuh, nice! Will ich schon wieder gegen dich kämpfen? War ich denn diesmal bitte wenigstens ne Chance? Ok, Grundfähigkeiten von Rebellion sparen. Wir wurden durch diese Schilder genommen. Wir sollten mal geschworene Klinge und komm mal zur neuen Anwälfer. Wir werden Klinge herbei berufen. Wir müssen sie unterstützen. Wir können die Klinge und die Sache verabschieden. Ja. Ok! Was passiert gerade? Ist sie überhaupt nicht? Ha ha! Das ist sehr effektiv! Was? L1 halten und mit der Devil Trigger Anzeige die SDT... Was ist denn eine SDT? Ach sim, die Devil Trigger! Ach du Scheiße! Was? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was? Ach du Scheiße! Was ist die denn? Ach du Scheiße! Hieee! Waaah! Oh mein Gott, das ist Special. Ah, laden. Lad auf, lad auf, lad auf. Nein, 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 nein. Ah, so war das nicht geplant. Warte, bitte. Also so habe ich dir das nicht vorgestellt. Ganz im Ernst. Warte, bitte, mach! Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, komm, 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 komm. Jetzt mal Dankeschön. Auf geht's, komm, Artikel 1, Junge. Auf geht's! Those verloren! Bi calling! All this time and you still don't get in. Es ist du, der nicht versteht. Es hat angefangen. Ja, was ist los? Das ist eine gute Frage. Ja, die Zimmerplatz ist sauer. Aber natürlich. Okay. Das ist weg, oder? Ja. Oh ja. Okay. Das war schon mal ganz cool. Drei Krieger. Oh. Oh. Sorry. Oh. 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 Ihr kennt euch? Meine Großmutter ist Nell Goldstein, der Barschmutter, der machte alle deine Fähigkeiten, die du hast, die du hast, in der da unten. Ja, da ist sie! Sie sieht nicht so aus wie sie. Ja, ich habe meine Farben von meinem Vater. Das ist alles, was ich von ihm habe. Oh nein! Ohhhh! Es ist super schön in der Szene! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Yeah! Wow! Yeah! Ihr sagt jetzt einfach nichts zu. Ich werde auch gehen. Warum sollst du diese hier rausgehen? Oh. Dass du mich wieder auf der Barschmutter? Nein, danke. Ich habe alle die Kraft, die ich brauche. Hier! Ihr versteht nicht. Das ist nicht das, was ich meine. Lasst ihn weg, Dante. Zeit ist ein luxe, das wir nicht mehr können. Wir müssen ihn nachher 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 nachher. Was? Das bedeutet, dass du auch gehst? Ich habe das Recht, um zu sehen. Das ist alles, was du gesagt hast, Herr Poetrie. Ich gehe meinen Weg, und ihr könnt ihr mit deinem. Wir sagen, das ist das beste für die Grund. Was? Ja, dann! Klingt doch ganz vernünftig! Doktor Faust! Ja, genau! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, was? Kann ich ja überhaupt nicht! Oh mein goodness, was? Jetzt können wir uns aussuchen, wen wir nehmen wollen. Ich bleibe erstmal bei Dante, weil ich da jetzt gerade so drin bin und so. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen würde ich sagen, machen wir da erstmal weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Mission 13 wieder. Bis gleich!